Kapitel 13 Fünf Tage später saß Hermine am Boden beim Fenster und faltete, was nach ihren Zählungen nach der 236. Papierkranich sein musste, als sich die Tür öffnete und ein junger Mann hereinschaute. Seine Augen wanderten durch das Zimmer und als sie auf Hermine landeten, kam er schnell herein und schloss die Tür hinter sich. Sein Ausdruck schien gerissen und er schaute sie an. Er schien gehetzt. Er war breit gebaut, mit dunklen Haaren und einem kantigen Gesicht. Er trug formelle, dunkelblaue Festgewänder. Er hatte dichte Bartstoppel über sein Gesicht verteilt. Hermines instinktive Reaktion, als sie ihn erblickte, war pure Angst. Sie starrte, als ob sie gelähmt war und starrte ihn nur an. Sie konnte nirgendwo hinrennen, sie konnte noch nicht einmal schreien. Sie hatte noch nie daran gedacht, dass ein Fremder einfach in ihr Zimmer kommen könnte. Er stoppte kurz, als er auf sie zukam und ihren Ausdruck wahrnahm. »Du erinnerst dich nicht an mich«, sagte er mit einem überraschten Unterton. Es schwang eine Spur von Beleidigung in seinen Worten mit. Hermine sah ihn hoffnungslos an und versuchte zu erraten, wer er war. Er kam ihr vage bekannt vor, vielleicht aus der Schule? Jemanden, den sie nicht besonders gut gekannt hat. Er kam weiter durch den Raum auf sie zu. Er war schon halb bei ihr und Hermines Hände fingen das Krampfen an, als sie Schwierigkeiten hatte, zu überlegen, was sie als nächstes tun sollte. Wenn sie wegrennen wollte, musste sie außer Hörweite gelangen oder er könnte ihr einfach befehlen, zu stoppen. Vielleicht, wenn sie sich die Ohren zuhielt, aber er könnte sie einfach betäuben. Sie konnte nicht. Er war nur noch ein paar Schritte entfernt und sein Ausdruck wurde triumphierend. Plötzlich war da ein lautes Ploppgeräusch und Malfoy erschien neben ihr, wie aus dem Nichts. Hermine stutzte und rückte näher zu ihm, weg von dem näher kommenden Unbekannten. Der intensive, triumphierende Ausdruck auf dem Gesicht des jungen Mannes verwandelte sich schnell in eine undurchschaubare Miene, als er Draco erblickte. Die Verschlagenheit seiner Körperhaltung verschwand, als er sich aufrichtete und in Hermines Zimmer umherblickte. Hast du dich verirrt, Montague? fragte ihn Malfoy kühl, als er einen Schritt nach vorne ging, um sich vor Hermine zu stellen. Der dunkle Lord hat sie in meine Obhut gegeben, mit spezifischen Anweisungen zu ihrer Betreuung. Es ist immer gut zu wissen, wenn jemand das Zimmer unbefugt betritt. Montague lachte. Darf sie keine Besucher haben? Nein, darf sie nicht, sagte Malfoy. Er ging einen Schritt von ihr weg, nachdem er ihr einen flüchtigen Blick zugeworfen hatte. Und wenn du nur neugierig gewesen bist, hättest du auch einfach fragen können. Vielleicht sollten wir zur Party zurückgehen. Ich bin mir sicher, dass Astoria schon auf uns wartet. Malfoy ging durch das Zimmer und wartete darauf, dass Montague ihm folgte. Montague schien sich absichtlich seine Zeit zu lassen. Er saß sich nochmal im Zimmer um und blickte zu Hermine. Die Intensität kehrte in seine Augen zurück, als er auf sie hinunterblickte, Malfoy hinter sich. Dann drehte er sich zu Malfoy um und folgte ihm nach draußen. Hermine startete die Tür, die sich hinter ihnen verschlossen hat, für einige Minuten an. Montague? Graham Montague? Er ist im Inquisitionskommando gewesen und er ist der Käpt'n von Cithervines Quidditch-Team gewesen. Fred und George hatten ihn während des fünften Jahres in das verschwindende Kabinett gesteckt. Hermine kannte ihn kaum. Er kannte sie kaum. Wann hatte sie ihn so gut gekannt, dass er erwartete, dass sie ihn erkannte? Während sie nachdachte, legte Hermine das Stück Papier zur Seite, das ihre krampfenden Finger zerknüllt hatten. Die Malfoys schmissen eine Neujahrsparty auf dem Anwesen. Sie hatte keine Ahnung davon gehabt, wenn Montague und Malfoy nicht aufgetaucht wären. Sie stand auf und ging zur Tür. Sie zögerte. Sie wollte die Leute mit eigenen Augen sehen, aber der Gedanke machte ihr auch Angst. Wenn sie jemand entdecken würde, konnten sie mit ihr machen, was sie wollten, außer Malfoy taucht auf, um sie zu stoppen. Ihre enorme, instinktive Erleichterung, als er vorher aufgetaucht war, beunruhigte sie auf mehrere Arten und Weisen, wie sie wollte. Liebe den Teufel, den du kennst, als der Teufel, den du nicht kennst. Sie stand für mehrere Minuten hinter der Tür, bevor sie sie zögernd aufmachte. Sie schlicht den Flur entlang und in einen der stillgelegenen Angestellten aufgängern. Sie suchte sich ihren Weg in den Hauptflügel des Hauses. Allmählich gelangte das Geräusch eines Seitenquartetts an ihre Ohren, zusammen mit den Summen von Stimmen. Sie stoppte und lauschte. Musik. Sie hatte seit Jahren keine Musik mehr gehört. Sie stoppte und lehnte sich gegen die Wand, um die Musik in sich aufzunehmen. Sie machte ihre Augen zu und atmete im Rhythmus der Saiten. Sie hatte vergessen, wie es sich anfühlte, Musik zu hören. Nach 15 Minuten kam sie wieder in die Wirklichkeit zurück und setzte ihren Weg fort. Sie öffnete eine Tür und spitzelte in den Gang hinaus, um zu sehen, ob die Luft rein war. Sie wollte gerade hinausgehen, als sie das Rascheln von Stoff hörte und das Kicheln einer Frau. Hermine ging schnell einen Schritt zurück und beobachtete, wie Astoria um die Ecke kam und ein Handgelenk umklammerte. Ein männliches Handgelenk, das ganz offensichtlich nicht zum Malfoy gehörte. Hermine konnte es in der Dunkelheit nicht genau erkennen, aber die Statur des Mannes passte nicht. Astoria lehnte sich nach hinten gegen die Wand und der Mann kam ihr näher, bis Hermine die blonde Hexe gar nicht mehr sehen konnte. Hermines Augen weiteten sich, als das Kicheln in Keuchen überging. Sie hatte nicht, nun, es war nicht wirklich überraschend, Hermine hatte nur nicht damit gerechnet, es zu sehen. Plötzlich wurden zwei milchweiße Beine sichtbar, als sie sich um die Hüften des Mannes schlangen und die Geräusche gingen von Keuchen in Stöhnen über. Hermine bemerkte, wie sie seltsam fasziniert mit der Situation war, bis hier ein entsetzlicher Gedanke kam. Malfoy würde ihre Erinnerungen finden. Sie machte schnell einen Schritt zurück und floh die Treppe nach oben. Sie nahm einen anderen Weg zum Ballsaal. Sie ist in der Zwischenzeit recht gut darin geworden, sich im Haus zurechtzufinden. Solange sie sich nicht zu sehr beeilte und die Wände als Sicherheit hatte, konnte sie fast überall hingehen. Im zweiten Stock war eine kleine, gewundene Treppe, die auf eine balkonartige Nische führte. Hermine nahm an, dass die Party im Ballsaal stattfand. Sie hatte gehofft, dass sie irgendwo hingehen konnte, wo sie den Gesprächen lauschen konnte, aber Astorias Fluraffäre hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hermine ließ das Geschennis nochmal vor ihrem inneren Auge abspielen. Das, was sie getan hatten, war nicht überraschend, aber die Taktlosigkeit schien überzogen. Ihren Ehemann in einem Flur voller Familienporträts zu betrügen. Selbst wenn es eine offene Ehe wäre, schien die Dreißigkeit doch unklug. Hermine schlüpfte in die Nische, kniete sich hin und sperrte über das Gelände nach unten auf die Party. Der Ballsaal war gefüllt mit Leuten, die alle ihre besten Roben trugen. Der Raum war prächtig geschmückt, glitzernd. Die Kronleuchter waren mit Lichterketten erleuchtet und in der Mitte des Raumes stand ein Turm aus Champagnergläser, der so konstruiert worden war, dass er mindestens eineinhalb Meter hoch war. Champagner floss daran herunter, wie in einem endlosen, magischen Springbrunnen. Es war eine Feier, die für die Gesellschaftszeiten gedacht war. Es gab mehrere Fotografen, die Bilder für die Morgenzeitung schossen. Hermine sah Pius' Thickness und noch ein paar andere wichtige Leute des Ministeriums. Es waren dutzend weiße Todesser da, die Hermine wiedererkannte. Ein Aufblitzen von blassen, blonden Haaren zog Hermines Blick auf sich und sie fand Malfoy vertieft in einer Unterhaltung mit Dolores Umbridge. Die Gefängnisdirektorin hatte ein purpurn-pinkes Festgewand an mit einem abstehenden Kragen und ein Anhänger, der sukzessiv auf ihrem Busen lag. Umbridge lachte gekünstelt und berührte Malfoys Arm, während er nur mit ernster Miene dastand. Sein Blick fiel immer wieder verstohlen auf ihre Brust, auf eine Art, die wie ein Mix aus Neugierde und Unwohlsein schien. Bevor sie die Interaktion weiter beobachten konnte, zog eine scharlachrote Person ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie schaute hinüber und musste noch einmal hinsehen. Da war eine Leihmutter auf der Party. Hermines Blick husche durch den Raum und sie stellte fest, dass neun von ihnen anwesend waren. Sie starrte vor Verwunderung. Sie erkannte keinen von ihnen wieder. Sie hatten alle die Hauben auf und folgten den Zauberern wie ihrer Schatten. Die Köpfe waren gesenkt und ihre Schultern unterwürfig nach vorne gebeugt. Manche der Zauberer, die sie begleiteten, waren Todesser. Hermine erkannte Amy Cascaro, Malkyber und Avery. Die anderen Zauberer waren jünger. Sie glaubte, dass einer Adrian Pusey und ein anderer Marcus Flint sein konnten. Die Leihmütter, realisierte Hermine, als sie sie beobachtete, waren Statussymbole. Die vorgeführt wurden, um die Wichtigkeit einer Blutlinie zu unterstreichen. Hermines Brust verengte sich und ihr Gesicht verzog sich, als sie zuschaute. Die Frauen kamen sich gegenseitig nicht zu nah. Wahrscheinlich sind sie angewiesen worden, nicht umherzuwandern. Aber als zwei einander vorbeiliefen, konnte Hermine sehen, wie sich ihre Hände für einen Moment berührten. Um eine Botschaft zu bereichen oder einfach nur, um sich Trost zu spenden. Hermine konnte es von der Entfernung aus nicht genau erkennen. Hermine hatte angenommen, dass die Leihmütter in den Häusern weggesperrt blieben, so wie sie. Das war offensichtlich eine falsche Annahme. Hermine war der außergewöhnliche Fall. Ein Ordensmitglied. Versteckte Erinnerungen. Blutgebundene Fässer. Dem hohen General überreicht. Zu Voldemort gebracht. Es war sogar möglich, dass es den anderen Mädchen erlaubt war, alleine nach draußen zu gehen. Dadurch, dass sie aufspürbar waren, gab es eigentlich keinen Grund, warum sie das nicht dürfen sollten. Vielleicht war es Hermine normal auch erlaubt, so etwas zu tun. Obwohl sie es irgendwie bezweifelte. Wenn sie noch nicht mal Besucher haben durfte, schien es zweifelhaft, dass Malfoy sie vom Anwesen runterlassen würde. Eine Minute bis Mittelnacht, rief eine Hexe mit lauter, gemachter, heiteren Stimme und unterbrach Hermines Gedanken. Macht euch bereit für eure Neujahrsküsse! Astoria kam in den Saal zurückgehäuscht. Ihre Roben waren glattgestrichen und ihrer Miene unschuldig, aber sie wirkte etwas erzaust, was für Hermine offensichtlich war. Ihr Lippenstift war leicht verwischt, sodass er nicht mehr komplett auf ihren Lippen lag. Nicht offenkundig verwischt, aber sodass die Form ihres Mundes leicht verweichtlicht wurde. Ihr Ausdruck war selbstzufrieden. Hermine beobachtete, wie Astoria sich ihren Weg zum Malfoy bahnte. Astorias Miene verwandelte sich in einen liebevollen Ausdruck, als sie näher kam, man konnte jedoch noch etwas anderes in ihren Augen auf Blitzen sehen. Malfoy wusste das sie genau, aber seine Miene verzog sich kein bisschen. Hermine konnte Astorias Gesicht von ihrem Blickwinkel aus nicht gut erkennen. Zehn! Neun! Acht! Sieben! Alle Leute fingen den Countdown an, für das neue Jahr runterzuzählen. Als die Zahlen runtergingen, steckte Malfoy seine Hand aus, sein Ausdruck noch immer undurchdringlich, und wischte mit dem Daumen über Astorias Lippen. Bei Null lehnte er sich nach vorne und presste seine Lippen auf Astorias. Eine Kamera blitzte. Der Raum explodierte mit magischen Feuerwerken und Jubeln und das Klirren von Gläsern, als die Leute anstießen. Malfoys Lippen waren immer noch auf Astorias gepresst, aber während er seine Frau küsste, schaute er auf und über Astorias Kopf hinweg. Seine kalten, grauen Augen fanden sofort Hermines Gesicht. Hermine vergaß zu atmen. Sie starrte zurück. Er starrt.